Hallo, da sind wir wieder. So, aus der Ecke raus und wir bauen jetzt hier mal schön weiter. Was wollten wir bauen genau? Ich will diese wunderschöne Mobfalle weiterbauen. Ich habe dafür extra das letzte Mal die Lampen gebastelt, dafür muss ich jetzt allerdings noch ein bisschen mehr basteln. Und zwar soll hier oben noch eine Decke rein mit Lampen und die Dinger müssen einen höher. Weil die Spawner dann genau da drauf kommen. Ich weiß gar nicht, kann ich die Spawner dazwischen schieben? Ich glaube doch schon, ne? Weil dann würde ich schon fast sagen, dass ich hier oben direkt die Lampe drauf mache. Dann kann ich da dran dann weiter... Alter. Aber jetzt habe ich mein Jetpack ja gar nicht mehr an. Dachte schon. Das ist aber schwer. Das ist aber schwer zu fliegen so ohne Jetpack. Wollte ich verarschen? Die Decke ist nicht hoch genug, das hat Probleme. So, hier drauf kommen jetzt die Lichtwürfel. Ach, wunderschön. Das ist so schön. Und hier in der Mitte kommen dann gleich die Spawner rein. Das wird so geil, hör mal. Und man kann quasi diese Anlage dann auch noch als XP-Farm nutzen. So. Allerdings erst, wenn man den Hebel dann drückt. Der noch nicht vorhanden ist. Der noch nicht vorhanden ist. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Ich glaube, ich baue hier schon wieder zu viele Steine hin, ey. Ah, doppelt gemoppelt hält besser. Ich wollte hier noch ne Decke einbauen. Warte mal. Weiß? Soll ich hier ne weiße Decke bauen? Nix. Das muss nicht schön werden hier, wo die Monster nachher rumgammeln. So, ich muss nur mal eben hier ein paar Pfade hinbauen. Und dann mal gleich ausholen, ob die Dingo angehen. Boah, also alles so, nix passiert. So, verdammt. Gut. Wow. Boah. Das war verdammt knapp. Knapp. So, meine Herren. Jetzt machen wir hier mal eben folgendes. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob das funktioniert, was ich hier mache. Für ne Scheiße. Aber das sehen wir jetzt gleich. Holz. Ich brauche Holz. Hä? What the fuck? Kein Holz mehr? Verrückte Mongo. Warte mal. Ja? Oh. Ja, die Truhen hier sind echt der Hammer. Ich habe auch irgendwie gar keine Motivation, hier ein Sortiersystem einzubauen. Ist doch ein bisschen blöd. Wollt, im Endeffekt brauche ich ja gar nicht so viele Fakten. Ich nehme die jetzt ja nur zum Testen. Cool. So, Jetpack und gib ihm. Ach man, es geht so nicht. So geht es aber ausgezeichnet. Können wir das nämlich so bauen? Ich glaube, da in der Mitte Repeater rein und hier irgendwo ein Schalter und fertig ist die Wurst. Alter, für ne nervige Musik. Du, 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 du. Ah, die ist da schöner. Boah, das wird so Hammer. Hammer geil. Hammer geil wird das. Weg damit. So, was brauche ich? Ich brauche noch auf jeden Fall Redstone Repeater brauche ich. Guck mal, vier Stück. Die könnten, glaube ich, genau reichen für dieses Unterfang, was da oben los ist. Ein Hebel. Wenn dir nur noch guter Lager so da dran ist. Ich weiß noch mal im Single-LP, da war Lagervorwalt weg. Aber besser sortiert davon ab. So, ähm. Genau, ich brauche noch Steine von diesen wunderschönen. Diese wunderschönen Steine brauche ich noch. Zack. Den Rest kann ich damit Erde vollstopfen. Okay. Nein. Ich brauche halt die hier. Guck. Guck schon. So, jetzt fliegen wir mal hoch. Und dann mache ich die sowas von fertig. Also deswegen. Das wird eine richtig schöne Monsterfalle. Die man auch zwischendurch mal ausschalten kann. Wenn man die mal, wenn man mal da rein möchte. Und wie man sehen kann, leuchtet so alles. Ah, guck mal. Riola hat ein Pad aufgenommen. Aber ansonsten war es hier irgendwie ohne Worte gerade. Ohne Schrift. Wobei ich ja extra... Nein! Oh. Wobei ich ja extra gefragt hatte, ob einer mitspielen möchte. Aber da hatte wohl keiner in die Konfi geguckt. Und zwar hatten wir keine Zeit, weil wir hatten relativ früh am Mittag heute. Oder haben es gerade. So, dann kommt jetzt hier noch der Scheiß rein. Dann haben wir oben eigentlich alles fertig. Fehlen wir nur noch ein paar Spawner. Ja. Oh yeah, Baby. Ich glaube, da musste jetzt nicht unbedingt einer hin. Aber ich gebe auch nur mal sicher. Searching! Boah, der wäre aber verdammt hoch da oben, ne? Warte, ich mache mal bis hier. Boah, sind die da am Quatsch, die Scheißdinger, ne? Oh, meine Hebel. Da war doch noch was, Alter. So, wo haben wir so Hebel? Da haben wir so Hebel. 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 Komm schon, hier muss ja irgendwo noch Red Zone sein. Weil ich weiß, es gibt ja ein Rezept für UU-Matter, aber ich... Pfff. Ich wüsste es nicht, wie das geht, Alter. Ich glaube, ich habe Glück. Warte mal eins. Willst du kommen over here? Nein. Natürlich nicht. Viel näher zusammen geht es auch nicht. Schade. Nein. Oh, jetzt hat da noch Fackeln drin. Das habe ich davon. Willst du kommen over here? Kann ja was werden. Wie gesagt, ich habe das Rezept jetzt nicht im Kopf. Ich müsste jetzt testen, ausprobieren. Boah, wie war das denn nochmal? So war Gummi. Genau. So war Yolt. Glas. Obsidian. Gut, Diamant wüsste ich auch noch. Cool. Boah, ich habe Gedächtnis wie Sieb. Ja, eigentlich ja nicht. Eigentlich ja doch, aber hat ja jetzt funktioniert. So rum. So. Und dann schön die Decke hier fertig. Ja, zum Thema schön die Decke finde ich. Warte, ich mache mir mal hier ein paar Blöcke hin. Sonst könnte ich gleich wieder kotzen, weil das hier so lange, auch so oft schief geht. So. So, auf jeden Fall. Dann mache ich mal eben die... Nein, wo ist mein Drill? Wo ist mein Drill hin? Na, die kleinen Spinnen will ich hier nicht drin haben. Da sage ich schon mal direkt. Und hier unten muss natürlich auch noch was hin, weil so kann es natürlich nicht bleiben. So, aber ich kann da hinten schon mal ein paar Spawner hinsetzen. Ich hoffe, das klappt auch, ey. Ich hoffe, das klappt auch. Genau, kann hier Glas rein. Sehr gut. Nein! Und hier kann man die Monster nachher, wenn man halt diese andere Funktion von dieser Falle nicht verwenden möchte, kann man hier nachher quasi weiter runterfallen lassen, die Monster. Und dann unten die kaputt schlagen, um so halt XP zu bekommen. So, ich weiß, dass ich da jetzt geletzt, da ist ein Skelettsporner. Mich geht halt jetzt auch, warte mal. Sehr gut. Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar, ähm. Spinne, Spinne, Spinne. Hier ist noch ein Skelett drin. Alter, ich habe nur zwei Stück, der Rest ist Spinne. Aber ich könnte mal eben in die Ecke stellen. Hier, warte mal. So. Sehr schön. Das liegt einer gespawnt, Alter. Gut, dann brauche ich das gar nicht. Ich kann nicht so dahin fliegen. Jetzt wollte ich noch Glas. Nein, die spawnen da. Ja. Ah ja, klar, weil hier, ähm, dunkel genug ist in der Ecke. Warte mal. Ich hole jetzt mal ein bisschen Glas hier irgendwo her. Warte, ich habe da noch Glas und wird jetzt cool. Cool. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich gleich Licht ausmache. Spawn hier wieder um die Ecke. Hahaha, wie cool. Licht aus und dann kommen sie raus. Wie gesagt, ich hoffe, die spawnen nicht weiter oben. Na, hier nicht mal. Dieser scheiß Klotz, ne? Können wir mal reinschreiben. Wer, ich denke mal, es war Täter. Aber schreibt mal ruhig rein, wer es war. Ah ja, genau. Meine Eier. Meine Eier. Ja. Na, wolle er noch spawnen? Aber wer dumm. Oh. Doch, wenn er voll ist, geht er richtig ab. Da wird es lustig. Auf jeden Fall. Dann wird es richtig lustig. Das kann ich euch versprechen. Oh mein Gott, kommt noch viel raus. Ich kann mal eben die Decke dann da hinten weiter fertig machen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich natürlich auch ein bisschen verschönern direkt. Ach, guck mal, die Decke wird sogar einen tiefer noch gemacht. So. Alles vollstopfen. Keine Erde mehr, aber wir haben noch genug Cobblestone. Hier. Acht Stück. Ah ne, da sind noch mehr. Cool. Cool, cool. Cool, cool. Das muss gut werden. Das muss gut werden. Nein. Fuck ya. Schon wieder, ey. Cool. Oh, oh, hier ist jetzt sehr, sehr dunkel hier vor. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist die Frage, wie viele Minuten hätten wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Rein theoretisch können wir nochmal gucken, ob wir einen Spawner finden zwischendurch. Und die Richtung wüsste ich auch ungefähr, wo wir herlaufen. Deswegen rasen wir jetzt nochmal los. Wir rasen jetzt nochmal los. Nein, Brot brauche ich. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht alles hier irgendwo. Ah doch, kann ich hier machen. Batteriepack. Du Batteriepack, du. Dann geht das denn so langsam. Habe ich keinen Strom. Ah ne, ja, habe ich ja nicht mehr. Ich habe ja keinen Strom mehr von den anderen. Was ist los? Ah, cool. Wunderschön, ab geht's. Da würde ich sagen, Portal hier hin. Ich mache mal einen höher. Da hin. Und wir bewegen uns jetzt mal kurz in Richtung Bett. Einmal schön ins Bett hier. Boah, das wird so geil. Ich glaube, ich baue gerade nur noch Sachen zum Nerven, komischerweise. In Home? Ja, da hinten habe ich ein Home. Da ist ein Schild dran. Ah, okay. Alles klar. So, mein D-Richtung. Mal gucken, ob ich da noch ein paar Spawner finde. Ich würde am liebsten ein paar Mopsen von ihnen ein. Aber ich glaube, das fällt auf. Oder man könnte ja auch Soul Shards nehmen, ne? Könnte man zumindest mal ruckzuck ein paar Spawner füllen. Das ist halt nicht so die Idee, wie das geht. Aber ich hatte irgendwo mal eine Ruine gefunden. Da waren voll viele drin. Ich frage mich nur, wo die war. Ich frage mich echt nur, wo die war, hör mal. Wahrscheinlich findet man hier nix mehr im Umkreis. Ich brauche ja theoretisch noch sieben Stück. Oh, krasser Baum. Da hinten ist ein Schnee. Ich sehe noch niemals, als wäre Ruin. Warte mal. Bäm. Da, eine Ruine. Spawner drin, sauber. Sogar eine Menge. Wie man immer und immer wieder in dieselbe Truhe wahrscheinlich guckt. Zombie, sauber. Spinn ist für den Arsch. Skelett, perfekt. Skelett, perfekt. Wow, Ruckel. Nein. Alter, war eine Fackel. Jetzt ein Schwein ist worden. Ja, super. Können wir jetzt noch ein bisschen im Arsch beißen. Okay. Fuck, ja. Dann baue ich den nächsten Dreck da auf. Oh. Hä? Ich bin durch den Boden gefallen. Da wartet, Zombie, Zombie. Das ist wichtig. Komm, Peter. Nicht verkacken. Nicht verkacken. Verkackt hat ja nicht. Hallo? Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Der heiße Draht. Cool. Der dritte im Bunde. Boah. Die Farbe wandert Portal. Diese hellere Seite, okay. Zombie, Skelett. Holy shit. Du, du, du. Fliegen wir einmal durch. Also, vielleicht reichen ja wohl sechs. Ja, sechs würden auch für den Anfang reichen. Auf jeden Fall. Okay. Und der nächste. Oh. Gut, dass hier gerade kein anderer spielt, weil er leckt tierisch, wenn man damit durchgeht. Aber Skate hat sich schon über meine Hühnerfarbe beschwert. Wo jetzt keine Hühner mehr drin sind. Schon mal gut. Sehr gut. Das wird so böse werden. Evil. Fuck, 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 fuck. Den machen wir auch noch kaputt. Hier schießt einer auf mich. Komm mit. Das ist so ein Akt hier. Wunderschön. Ja, da muss ich jetzt doch was hinbauen. Cool, ich bräuchte also theoretisch nur noch drei. Aber es wird, glaube ich, gerade wäre dunkel. Ich gehe meinen Pen und was essen. Und mein Jetpack ist halb aufgeladen. Sehr geil. Vielleicht kriege ich da diese Folge noch hin. Boah, wenn ich das dann ausmacht habe, dann droppen da direkt acht Monster gleichzeitig. Können wir uns lieber ein Neid. Oh. Hä? What the fork? War hier nicht nur einer? Voll spinne. Waren hier nicht nur Spawner irgendwo? Da hinten ist einer. Voll die geile Musik dafür. Da, da ist es. Da ist es. Du, du. Komm, da drauf habe ich. Weiß was, ich mache dann auch fertig. Darauf habe ich jetzt voll Bock. Boah, ich weiß nicht, im Livestream war ich voll lange am suchen. Kaum was gefunden. So, das habe ich auch ein Schweinesporner mit. Geil. Na komm, das reicht. Hey, ho. Oh. Ist es jetzt dunkel? Kann ich jetzt schlafen? Nein. Natürlich nicht. Alles Spawner weg. Gar nicht so weit von zu Hause entfernt. Cool. Gut, ich sehe mich. Gucke mich hier nochmal eben um. Gucke mal eben auf die Map. Da ist auf jeden Fall noch was. Hüpfen wir mal hin. Ach, da unten. Toll. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Äh. Da. Ne, gar nicht. Da ist ein Riesenbaum. Ein Riesenbaum. Einen Simonbaum. Einen Simonbaum. Komm, ich brauche doch nur noch einen Tower mit zwei Spawnern drin. Da. Ne, da war irgendwas anderes. Ich glaube, da war eine Quarry. Eine Quarry war da. Ja, sieht stark danach aus. Hat es hier drin? Komm, lass das Spawner drin sein. Komm. Tu mir den Gefallen. Ja. Spaner vor so wenig. Da. Zombie. Geil. So. Okay, ein Skelett Spawner für den Abschluss wäre noch cool, dann ist das hier fertig. Ein Skelett Spawner ist gut, hier findet man direkt mehrere. Und. Jawohl. Fettig. Finish. Hä? Keine Steine mehr mit. Oh, ich habe mal nicht mit Schiff die Dinger rausgeholt. Cool. So gab es ein bisschen XP für mich. Äh, da hin lang. Aber wenn wir schon mal da sind. Boah. Wenn wir schon mal da sind. Ruckel, 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 ruckel. Hä? Den habe ich bestimmt. Ja, da ist er doch. Sehr gut. Immer mehr. Das ist ein Spinnenspawner, den will ich gar nicht. So, hell genug, Jungs? Ich glaube schon. Tschüss. Oh, ein riesiger Ölpenis. Na, Wolf, Wolfchen. Cool, ich mache jetzt mal das Ding an. So, Achtung. Boah. Das ist doch mal geil. An- und ausschaltbar. Die an- und ausschaltbare Mobfalle. Cool. Ich mache da direkt mal ein Screenie von. Was man dann direkt als Thumb nehmen kann. So, guck mal. Warte, oben ist ja das Minecraft-Logo. So, auf jeden Fall muss ich sagen, sehr geil die Sache. Verdammt. Ich habe wieder mehr Strom als... Ah, fuck. Da muss unbedingt noch ein Kabel dran. Gut, ich mache da mal an, weil wenn ich hier auf dem Server nicht bin oder nicht in der Nähe bin, dann ist es glaube ich aus. Ich weiß gar nicht, wie sich das mit dem Junkleuder verhält. Dann läuft es ja trotzdem. Das wird auf jeden Fall sehr geil, wenn ich das weiter ausgebaut habe. Und ansonsten, bis im nächsten Part. Haut rein. Tschüss.